Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, Landtag wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und für heute soll ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten aus der Garnision aufmachen. Und zwar die, die wir aus den Raid-Quests bekommen. Und zwar haben wir hier einmal große Kopfgeldbelohnung. Davon wollen wir insgesamt 30 öffnen. Und ich würde sagen, wir starten mal durch. Bevor wir das machen, zeige ich euch aber einmal noch, was ich aktuell brauche. Es sind noch 15 Items und Rüstungsklassen sind hier tatsächlich auch noch alle dabei, wie ihr seht. Also teilweise brauche ich hier sogar noch alle 4. Was ein bisschen komisch ist, ich habe am Anfang, wo ich jetzt mit der Reihe angefangen habe, noch relativ viele von diesen formidablen Items gebraucht und Grandiosen auch noch ein paar. Ich meine, ich habe jetzt fast ausschließlich die Grandiosen Slots gekriegt. So langsam bin ich mich am fragen, ob vielleicht die Grandiosen aus den Kisten kommen, die man von den Quests kriegt aus Highmall und die formidablen quasi aus Blackrock Foundry. Also das muss ich mal gucken, weil bis jetzt habe ich hier immer nur den Endboss in Highmall umgehauen. Und ja, jetzt muss ich mal ein bisschen mittracken, wie es aussieht. Jetzt gucken wir mal, welche Slots hier überwiegend in den Kisten drin sind. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ersten Kiste. Okay, da haben wir eine Grandiose Waffe drin und Grandiosen Schuhe. Und die habe ich beide schon fertig, ne? Also das wird jetzt meine Theorie bis dahin schon mal stützen. Dann hauen wir die weg und gucken beim nächsten Schamal. Als nächstes haben wir einen Hexenmeister, da können wir jetzt schon schnell die Quests abgeben. Und hier haben wir auch wieder ein Grandioses Teil drin, und zwar einmal ein Schwert. Und, ah ne, da haben wir jetzt die Robe drin. Formidable Robe. Vielleicht sind die Items einfach selten, ne? Okay, das habe ich ja jetzt auch aus Highmall gekriegt. Also zumindest widerspricht es der Theorie schon mal ein wenig. Dann haben wir jetzt hier noch einen Druid. Schauen wir mal, ob es das nette Niedergehe gibt. Gucken wir mal rein. Da haben wir einen Grandiosen Halsreif, den brauche ich nicht. Und dann haben wir Grandiose Treter. Äh, die brauche ich auch nicht. Da sind wir anscheinend auch schon komplett mit fertig. Als nächstes haben wir noch einen Schurken. Dann gucken wir hier mal rein. Grandiose Schiftung, die habe ich auch schon abgeschlossen. Und was haben wir hier? Handgelenke. Uh, die brauche ich. Formidabler Armschienen. Okay, also meine Theorie ist komplett widerlegt. Ich hatte anscheinend einfach nur Pech. Oder diese formidablen Items sind halt einfach seltener. Aber jetzt haben wir hier von den vier Handgelenken jetzt zumindest schon mal die Lederhandgelenke fertig. Dann haben wir als nächstes einen Schamanen am Start. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir schickes drin? Einen Kopf und einmal Hände. Die brauche ich leider beide nicht. Also die können wir schon mal weghauen. Die Teile. Dann haben wir als nächstes noch einen Paladin. Schauen wir mal, was da schickes drin ist. Der hat auch nur einen Sack und der war schon mal nix. Schade, aber auch. Dann haben wir noch einen Krieger. Was haben wir da? Schultern und einen Gürtel. Aber auch nur den Grandiosen. Den brauche ich leider auch nicht. Schade. Also das war auch wieder nix. Dann geht es gleich weiter hier mit dem Lederchar. Hier haben wir wieder zwei Dinge. Jetzt gucken wir mal. Die Grandiosen Handgelenke haben wir hier. Die brauchen wir nicht. Und was haben wir da drin? Einmal eine Waffe. Die brauchen wir auch nicht. Gut. Dann haben wir den nächsten Druid. Hm. Wieder eine Waffe. Und einen Hals. Gut. Das war schon mal wieder eine komplette Nullnummer. Und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Druid. Und zwar schauen wir jetzt rein. Wieder in zwei Kisten. Uh. Ein Umhang. Ah nein. Das ist wieder der Stärkeumhang. Weißt du? Dreck. Agi und Int hätte ich hier mit dem abdecken können. Und was haben wir hier noch Schönes? Natürlich mal wieder eine Waffe. Rip. Gut. Dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Druid. Da haben wir auch wieder. Ne. Da haben wir. Doch. Wir haben auch wieder zwei Kisten. So. Was haben wir hier drin? Einen Ring. Und. Einen Kopf. Schade. Dann bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein. Und zwar habe ich jetzt einen Paladin am Start. Und da haben wir Stulpen. Die brauchen wir nicht. Und wieder eine Waffe. Die brauchen wir leider auch nicht. Dann haben wir nochmal einen Paladin. Und mal gucken. Ein Trinket. Und eine Brust. Hm. Irgendwie läuft es gerade nicht. So würde ich mal behaupten. Einen Käse können wir weghauen. Als nächstes haben wir einen Krieger. Gucken wir mal. Oh. Umhang. Oh. Jetzt kriege ich endlich mal den grandiosen Umhang raus. Oder? Ich hoffe da gibt es nicht zwei verschiedene. Schauen wir mal. Ah. Das ist der Richtige. Sehr schön. Jetzt ist der auch raus. Und jetzt gucken wir mal was hier noch drin ist. Jetzt brauche ich glaube ich nur noch formidable Sachen. Ja. Umhang. Gürtel. Handgelenke. Schuhe. Aber die scheinen irgendwie seltener zu droppen. Also ich weiß jetzt auch nicht so ganz. Gucken wir mal. Na. Ein grandioser Ring. Ripp. Dann haben wir als nächstes einen Demon Hunter. Und formidable Treter. Uh. Das sieht doch gut aus. Die Yeti Hautstiefel könnten wir da brauchen. Und. Da sind sie auch. Wunderbar. Und. Ja. Dann machen wir noch eine zweite Kiste auf. Mal gucken ob wir noch ein Lederding kriegen. Grandioser Umhang. Den brauchen wir nicht. Aber die Stiefel sind auf jeden Fall schon mal schick. Dann haben wir jetzt den letzten Char. Und zwar hier einen Evoker. Jetzt schauen wir mal was wir schickes drin haben. Ähm. Grandiose Schultern. Die brauche ich nicht. Und ja. Dann sind wir tatsächlich durch mit den 30 Kisten. Jetzt können wir noch mal gucken. Wo wir jetzt stehen. Wir sind jetzt bei 12 fehlenden. Und wir brauchen nur noch die formidablen Items. Und ja. Hier brauchen wir aber tatsächlich nur alle Rüstungsklassen. Ich glaube Leder brauche ich am wenigsten. Oder? Leder brauche ich jetzt nur ein Item. So wie es aussieht. Gut. Hier können ja noch auch ein Aki-Umhang dabei sein. Beziehungsweise In-Sachen. Aber die kann ich ja auch mit anderen Klassen theoretisch bekommen. Ja. Mal gucken. Aber vielleicht kriege ich Leder bald fertig. Ne. Dann werden es ein bisschen weniger Char ist. Mit dem ich das Ganze farmen muss. Und ja. Dann sind wir auf jeden Fall durch. Hat mich gefällt, dass ihr wieder dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.